Ja, hey, willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandico 2 Cortex schlägt zurück. In der letzten Folge haben wir, weiß ich nicht, welche Level warten wir jetzt nochmal, verdammt. Ist ja nur zwei Minuten her, ich glaube hier gemacht. Und die war sehr nervig und ich habe um ein Haar den einen Edelstein verfehlt. Sehr gut. Keine Ahnung, nehmen wir Ruination. Da ist irgendwie am Anfang was und ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Vielleicht muss man wieder nicht sterben. Ich weiß es nicht. Gehen wir mal hier einfach durch. Ich gucke jetzt erstmal nach den ganzen Edelstein, wo man nicht den ganz braucht. Alle Kisten. Weil dann... Was ist zum Teufel? Stand ich schon immer da? Ich habe die off-screen-out gemacht. Ich glaube, das war ein anderer Level. Keine Ahnung. Versuche einfach nicht zu verrecken. Das war leichter gesagt, das ist als getan. Wie immer. Ja, dann kann ich schon vergessen. Ich muss mal gucken, ist ja irgendwo so eine Plattform oder so, oder muss ich irgendwie was? Sehr kryptische machen, so kryptisch. Warum sagt er kryptisch, der Junge? Ja, schon immer so viel Nitro-Kisten? Im Weg? Da ist der grüne Edelstein, aber ich muss nicht irgendeinen Scheiß machen, außer den Scheiß, den ich hier machen muss. Ich hab wahrscheinlich voll Knüppelhackes. Ich muss schon sagen, ich geh jetzt einfach nur von der rechten Seite. Ich kann springen, okay. Wo bist du denn da? Oh Mann! 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 Das audi- ja ich glaube das stimmt haben wir hinter uns jetzt mal einen normalen edelstein bekommen dann wir ja schon der ausgaben ich habe ja schon ich weiß es doch nicht ich habe nur ein oder so ein kristall oder auch nicht okay ja nämlich wenn wir haben schon ein bisschen genug gesehen wie hey macht man das klingt sehr spannend ich weiß dass diese level sehr nervt war glaube ich aber gut wenn wir fortschritte ich kann mich nicht an diese lebelein auch auf screen herausgefunden hat man kann natürlich für äpfel und ich glaube die dinge sind ja ich brauche ich brauchte so ein bonus edelstein nicht so normal da muss ich denken das war unnötig da hätte ich nicht getroffen werden ich brauche nicht alle dinge ja also sogar mal weiter gucken was dafür liegen ist vielleicht aus und fabia edelstein so ihr könnt nicht machen bis zu euch Da kommt hier mal der Letzte und trifft mich, na klar. Dreck! Oh Mann, man muss doch in so einem Tornado herauskommen, da kannst du nicht wie ein normaler Mensch daraus kommen. Komm, was ist denn überhaupt? Was frage ich mich jetzt erst so, ne? Das ist überhaupt, wo er sich hier so einbringt. Erde? Ja, da kommt die nächsten. Ja, die späteren Level ist klar, hier gehe ich mir drauf. Ah, geh auf dem Weg. Danke. Mann, das ist doof. Wie kannst du nicht töten? Ja, die kommt auch nicht nach. Ah, das ist doof. Ich stehe nicht. Die kommen auch nicht nach. Was? Hey! Unfair. Ich verliere schon mal ganz im Leben. Aber ich habe irgendwie gewusst, dass ihr da bist nicht schön. Die Bienen verfolgen mich auch nicht. Ey! Wie willst du den Auswand unterstehen? Kannst du auf die drauf springen? Oder so. Wenn ich hier von Anfang bis Ende irgendwie kommen muss, um zu sterben, dann weiß ich nicht was. Das ist so möglich für mich. Eine Ahnung. Ich kann nicht auf die drauf springen und dann weiß ich nicht. das nehme ich in Ruhe. Boah! So! Zack! Leck mich! Das ist so ein Verdacht, was ich hier machen muss. Ich brauche noch einen Akku, Akku, das wäre gut. Gib mir mal einen. Ich muss irgendwann in den Nitro-Kisten reinballern. Äh. Kommt da noch ein Akku, Akku. Nö, anscheinend nicht. Da wollte ich einfach erscheinen. Ich habe mich auch immer erschossen. Da gib mir mal einen Akku, Akku. Ich kann die Dinger nicht so steuern, aber hoch. Da, verdammt! In den kannst du nicht entkommen, ich verstehe nicht. Die kannst du einfach nicht entkommen. Die töten nicht. Wieso Zielsuche? Da! Was soll? Da! Wie soll ich das machen? Das muss ich ja machen. Zum Teufel. Hey! Danke! Was soll ich noch irgendwie dahin schaffen, um zu verrecken mit dem? Da wäre wunderbar. Ja, da bin ich da reingelaufen damit. Wut? 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 Äh? Wut? Äh? Wut? Äh? Äh? Wut? Wut? Äh? Äh? okay die waren falsch wie unfair okay ich habe schon das ding was solche kisten waren aber welche ich weiß nicht wird mir ja noch ein paar kisten nicht aber auch weiter durch sind die falle zwischen hat ist so genial eiskalt falsch ich finde alles so eine geile idee die typen sind auch nicht gerade ferne wenn ich vor den städten irgendwie nicht was ich machen soll meine ganze leben ich hatte wieder so viele ich habe den pinken edelstein ein poko und dann war das so geil einfach so falsch benitriessen okay wir haben auch nicht gewackelt und so eigentlich auffallen müssen aber ich bin da ein bisschen wie nennt man das nach ja da kommt euch den an der voll auf zu ballern ja das war ja es war nicht sehen wo ich bleibe da ballern zwei bastarde was zum teufel da gehe ich überhaupt noch hier weiter ja warum geht denn die dann überhaupt noch weiter das ist einfach so lockerer gehen ich hätte mal diesen kacken weg zu gehen aber warum geht denn da noch weiter ich verstehe nicht sondern irgendwann zeigen so den letzten ein zwei kisten oder so wie man gebraucht ich weiß noch nicht mal habe ich alle haben irgendwie secret exit oder so was weiß ich ich weiß nicht was ich da machen soll ich weiß nicht was ich da machen soll die dinger sind so langsam du kannst doch nicht mal irgendwie auf der stelle stehen bleiben oder so in dem vernünftig ausweichen das ist ja ein problem irgendwie das ist ja los wir haben wir hören es noch gar nicht aber das ist ja das ist ja los mom das ist ja okay das ist ja Oh, Pissau. mann wie viele kommen dann noch gut an ich bin die level ja jetzt bin ich aber soweit gekommen mann ich mag alle immer gemeinsam und habe alle kisten auf dem weg gehen hier ist ein checkpoint hat man müsste jetzt auf einmal ihren checkpoint noch so geil danke schon so oft ihr fragt oder arbeit dem wir ja ein checkpoint und die basse die da vorne schließen bringe ich um war das ist ich finde das nicht witzig das scheiße ich auch mal aufregen ganz ehrlich ich weiß mein kontroller so in der ecke jetzt die schlimmste ecke ich weiß was ich machen soll warum springe ich da eigentlich wo sagt er dass der eine da kommt noch mehr oder was man sehen da hinten warte ich schicke das hier ganz locker an ok keine ahnung ich dachte um bescheid zu denen geschafft habe ich bin jetzt hier hat so keine ahnung da habe ich dann wirklich umsonst gemacht auch da ist ein darf ich gleich dadurch laufen müssen danke so viel frust für nichts das liebe ich ich weiß nicht wie man denen ausweichen soll warte mal waren da echt zwei kisten irgendwo war ganz ehrlich waren da zwei kisten ich hatte 15 gerade was man wegen zwei kisten ich gehe jetzt einfach hier raus hier ist nicht wegen zwei kisten den ganzen weg nochmal ich habe mich doch mal ich habe mich doch mal ich habe mich doch mal ganz ehrlich zwei kisten sind wo ist es gewesen ehrlich da komme ich mir gleich in der aufnahme genauer an da muss ich wegen zwei kisten den ganzen scheiß da machen ich habe jetzt ein paar leben und dann raus hier vor allem zu blöd hier gerade die bienen kriege auch nicht klein ich weiß nicht weiß nicht das geeignis wie man die bienen tötet ich habe den wohnen edelstein da reicht mir ganz ehrlich erst mal ich habe da nur nitro kisten gesehen war 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 okay aber hat ja richtig total verschwendung ja ja dann haben wir jetzt insgesamt 27 jams geil speichern mal in mein kopf die krise würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten folge von let's play crash bandico 2 god der geschlägt zurück ich bedanke mich alle herzlich fürs zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge of Vielen Dank.